Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Gondel, Gründer und Chef vom Dartsport Förderzentrum in Augsburg. Und jetzt auch offizieller Sponsor von Martin Schindler. Man kennt mich. Dartsport Förderzentrum Augsburg. Gute Darts Gondel. Ah, das ist Darts Gondel. Darts Gondel, ja. Vielen lieben Dank auch da für die Teilnahme. Wirklich. Du bist ein Fan vom Darts Gondel. Ich bin durch Robert und Gaga auf Darts Gondel aufmerksam geworden und habe gesehen, wie die Darts da demoliert wurden auf dem YouTube-Kanal. So, die sind jetzt ziemlich kaputt und werden wahrscheinlich nicht mehr im Board stecken. Damit provozieren wir jetzt, dass der Darts rausbunzt. Oh, voll drauf. Doppel 17 bei 71 für Doppel 10. Könnt ihr aber gerne vorbeischauen auf Darts Gondel auf YouTube. So, jetzt macht es, was der Madi sagt. Abonniert den Kanal. Viel Spaß hier mit den Videos. Wir sehen uns.